Kennst Atze Schröder? Nein! Kennst du Greta Bernstein? Das ist ein Birkenstock. Was würde es mich kosten, wenn du sie anmachst? Jedes Gefühl gibt es das coolste Mädchen auf der ganzen Welt zu sein. NERV NICHT! Ist ja voll kraftkast hier. Was auch an der, wenn man Spaß haben will. Ich gehe zum Bahnhof und kaufe dich die Therapie. Wow, ich glaube wir müssen ein bisschen an deiner Haltung arbeiten, junger Mann. Was soll das? Ich mache ein Päuschen. Und er? Er wollte Ecken! Ich habe keine Lust mehr, nur um im Internet zu sein. Um Böse zu sein. Du bist zu jung. Hast du irgendwo Alkohol oder Drogen? Yes. Echt? 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 Untertitelung. BR 2018